Ja, weil ich relativ viel zu unterrichten habe und 18 Stunden vor Studenten zu stehen und die ganze Zeit zu sprechen, ist sehr mühsam und dies ist etwas Interaktives, so dass ich nicht die ganze Zeit Frontalunterricht machen muss. Und für die Studenten denke ich, dass das Wissen, was sie gewinnnachhaltiger ist, dass sie nach zehn Jahren sich an mehr erinnern, als wenn es nur Klausur wäre. Ja, die Planspiele von TopSim sind meiner Ansicht nach betriebswirtschaftlich ausgereifter als die der anderen Wettbewerber und der Service ist besser. Also TopSim Planspiele habe ich schon weiter empfohlen und die verbreiten sich an unserer Hochschule und ich empfehle sie weiter, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe und das dann nicht auf mich zurückfällt. Ich würde ja nichts Schlechtes den Kollegen weiterempfehlen. Ich bekomme fast immer positive Rückmeldungen, dass sie sehr viel gelernt haben, manchmal sogar, dass es die beste Lehrveranstaltung im Semester gewesen ist, deswegen des Praxisbezugs.